Ich will Ihnen herzlich Danke sagen und ich kann Ihnen bitten, dass Sie ankommen können und wir Ihnen Danke sagen. Danke, Herr und Fred. Wir danken Ihnen, dass wir immer Erlaubnis bekommen haben und wir hoffen, dass wir immer Erlaubnis bekommen. Wir danken Ihnen, dass Sie ankommen können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin als Vertreter der Bezirksvorstehung, wo Sie in fünf Haus heute bei Ihnen, um Ihnen die herzlichen Glückwünsche uns als Bezirks für eine friedliche und schöne Friedensfeier 2018 zu wünschen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Ihnen an der Zukunft unserer Stadt arbeiten können. Und wir hoffen, dass wir uns bei vielen Veranstaltungen in unserem Bezirk wiedersehen. Herzlich willkommen, Herr Hulusan von voraus. Herzlich willkommen bei uns. Danke, Herr Hulusan von voraus. 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 Vielen Dank.